Moin zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo ihr die Bestien-Klauen herbekommt. Diese lassen sich auch mit einer Kriegsasche belegen und die Kriegsasche, die da gerade drauf ist, ist Wilde Klauen. Da macht man denn sowas mit? Denn der R2-Angriff ist das da und R1, da können wir sowas machen. Aber wo bekommen wir das her? Hierfür starten wir direkt bei der Gnade Grabfeldebene. Das ist die erste Gnade, die ihr in den Schatten anseht. Und von da aus gehen wir dann nach Südosten. Und hier auch auf der Karte zu sehen, da in den Wald rein. Da streift ein menschlicher Gegner umher, das ist Lukur, die Bestien-Klaue. Und den müssen wir dann killen, wie auch hier im Video zu sehen, und dann bekommen wir die Bestien-Klauen. Hier auch nochmal auf der Karte zu sehen, wo wir uns im Wald direkt befinden. Guti, das war's dann auch mit dem Video zu den Bestien-Klauen. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!